Durch dein Wort. Amen. Ja, Lebenselixier Bibel. Ich finde es einen starken und gleichzeitig auch einen herausfordernden Titel. Und bevor ich darin einsteige, eine kurze Bemerkung, die ich mir heute nicht mehr verkneifen kann. Ich bin Basti Göpfert, genau. Ich bin aber nicht Pfarrer, ich bin Pastor. Das ist Christi das letzte Mal schon rausgerutscht und heute dachte ich, nee, jetzt muss ich das aber mal korrigieren. Genau, ich freue mich, dieses erste Thema der Allianz Gebetswoche mit euch zu entdecken, mit euch zu entfalten. Lebenselixier Bibel. Schlägt man ein Buch auf, dann findet der oberflächliche Leser, Betrachter, meist schwarze Schrift auf hellem Hintergrund. Je nach Buch ist dann noch ein bisschen farbig drumrum oder Bildchen drin. Beginnt er oder sie dann darin zu lesen, dann kann es sein, dass der Inhalt seine Wirkung entfalten kann. Je nach Leser, was einen interessiert. Was den einen langweilt, könnte den anderen fesseln, sodass er gar nicht mehr aufhören kann, darin zu lesen. Mir geht es aktuell so mit den Chroniken von Narnia. Wenn ich da ein Band von anfange, kann ich sie nicht wieder weglegen, bevor ich es zu Ende gelesen habe. Deshalb muss ich immer aufpassen, wann fange ich damit an. Kennt ihr vielleicht. Bei anderen Büchern. Ja, schlägt man die Bibel auf, was findet der oberflächliche Betrachter da? Natürlich auch schwarze Schrift auf hellem Hintergrund. Die Bibel darfst du aber nicht oberflächlich lesen. Du darfst sie auch nicht verschlingen, denn sie beinhaltet so viele Themen, hat so viel Relevanz auf die verschiedensten Lebensbereiche, so viele Facetten, dass man sie auf sich wirken lassen muss. Dass man Fragen an den Text, an die Themen stellen muss und an sein eigenes Leben sie erforschen, studieren kann und vor allem betend lesen sollte. Die Bibel ist Lebenselixier. Das kann man so leicht sagen, aber was steckt eigentlich dahinter? Wie oder worin drückt sich das denn tatsächlich aus, dass die Bibel Lebenselixier ist? Und ich habe als Vorbereitung für diese Predigt, für diesen Gottesdienst eine kleine Umfrage an euch, an die Gemeinde geschickt. Und zwei kurze Fragen waren darin und die Ergebnisse schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Erste Frage, das Titelthema der Allianz Gebetswoche ist Lebenselixier Bibel. Kannst du der Aussage zustimmen? Ihr seht, sieben Personen haben abgestimmt, sechs mit Ja, eine Person mit Nein. Vielleicht habt ihr erst im Nachhinein abgestimmt, als ich die Umfrage schon geschlossen hatte quasi. Ich finde es stark, weil einerseits doch einige sagen, hey, ja, ist Lebenselixier. Vielleicht habt ihr die Umfrage nicht bemerkt und deshalb sind so wenige Antworten nur gekommen. Und doch finde ich auch diese eine Aussage, die eine Person, die angegeben hat, nee, die Bibel ist nicht Lebenselixier. Finde ich total wertvoll, dass das auch angegeben worden ist. Warum? Schauen wir auf die zweite Folie, die zweite Frage. Da war nämlich, schreib in ein bis zwei Zeilen, warum die Bibel für dich Lebenselixier ist und warum sie das nicht ist. Da steht zum Beispiel, die Bibel darf man essen wie das tägliche Brot, sonst verhungert man. Die Bibel ist Maßstab für mein Leben. Sie zeigt mir, dass Gott, mein Vater im Himmel, Interesse an mir hat, dass ich meinem Lebensweg an seiner Hand gehen kann, weil er eine gelebte Beziehung will. Weil sie davon zeugt, dass Gott durch alle Zeiten hindurch gegenwärtig ist und bleibt. Weil sie von der bedingungslosen Liebe und Barmherzigkeit Gottes zeugt. Dann nochmal das tägliche Brot gibt uns heute. Und täglich Brot aus der Bibel, quasi geistliches Brot essen zu können. Und dann auch diese eine Aussage, nee, ist für mich nicht, weil man auch lange Zeit ganz gut durchs Leben kommt, ohne darin zu lesen. Finde ich spannend, so rundum. Und ich habe mich auch gefragt, wie ist es für mich mit der Bibel und Lebenselixier? Im Rückblick auf den Beginn der Covid-19-Zeit, des Jahres 2020, war es für mich so ermutigend und stärkend, beruhigend und wegweisend, die Bibelgesprächsabende zu Beginn dieser Zeit zu haben. Oder dann im Sommer zu betrachten, wie die Situation von Ezra und Nehemiah war und was das für uns heute bedeutet. Oder im Herbst diese Predigtreihe über die geistliche Waffenrüstung, geistlich kämpfen. Für mich waren das intensive, wirklich stärkende Zeiten. Intensiver als nur morgens eben die Losung zu lesen. Oder den Vers des Tages kurz drüber nachzudenken, zu beten und dann ab in den Alltag. Denn so oft ist meine Zeit mit Gottes Wort doch leider darauf beschränkt. Zu selten gönne ich mir solche intensive Zeiten, die mein Denken, mein Fühlen, mein Reden und Handeln tief prägen. Die Bibel ist Lebenselixier. Und ich hoffe, du erlebst es genauso. Und vielleicht geht es dir aber auch wie dieser einen Person, die in der Umfrage gevotet hat, quasi, nee, kann ich nicht so sagen. Vielleicht geht es dir so, dass die Bibel dich nicht fesselt. Dass du, wenn du das gelesen hast, dann eher innerlich leer zurückbleibst. Deine Seele nicht gestillt ist. Das kann an verschiedenen Faktoren liegen. Und ich kann jetzt heute bei weitem nicht auf alle möglichen Faktoren eingehen. Und natürlich spricht auch nicht jeder Text, jeder Vers, in jeder Situation zu unserem Herzen und löst einen inneren Hype in mir aus. Die Frage, aber das erste Thema der Allianz Gebetswoche an uns stellt, ist, mit welcher Herzenshaltung hören bzw. lesen wir Gottes Wort? Und ich möchte dazu mit euch ein Gleichnis betrachten, was Jesus gesagt hat. Wenn ihr eure Bibel schon parat habt, dann könnt ihr die Stelle schon aufschlagen. Steht in Lukas 8, Abvers 4. Es ist ein bekanntes Gleichnis und bevor ich sage, welches Gleichnis das ist, dieser kleine Hinweis, die kleine Bitte. Wenn ich dann gesagt habe, welches Gleichnis es ist, schalt nicht um, weil vielleicht in dir der Eindruck entsteht, oh, kenne ich schon, habe ich schon so oft gehört. Lass uns gemeinsam entdecken, was dieses Gleichnis, dieses Wort Gottes, heute an diesem Tag, heute in dieser Lebenszeit, in der du und ich stehen, uns zu sagen hat. Was Jesus uns damit sagen möchte. Es ist das Gleichnis vom vierfachen Acker oder der Aussaat des Sämanns, wie auch immer man es bezeichnen will. Das hängt auch davon ab, wo man das Ziel, die Aussage, Intention des Gleichnisses dann hinlegt. Was man vermutet, was Jesus damit sagen wollte. Ich erzähle das Gleichnis erst mal kurz nach und dann schauen wir gemeinsam an, was Jesus damit sagen wollte. Jesus malt seinen Hörern folgende Situation vor Augen. Da ist ein Sämann und dieser Sämann, wir gehen ein bisschen weiter hier rüber, dieser Sämann ist dabei, die Saat auszuteilen, Saatkörner und wer weiß, die Sonne scheint, ein paar Wolken am Himmel, wie auch immer, er geht ans Werk und ein paar der Saatkörner, dazu noch gesagt, ich war so frei und habe vorher schon ein bisschen gemalt, weil ich nicht wusste, wird mir das hier live gelingen, ich habe da manchmal ein bisschen Lampenfieber und dann ärgere ich mich und wie auch immer. Ja, also er säht aus und manches fällt auf den Weg und Vögel kommen, picken das weg. Vielleicht sehen das für euch eher aus wie Enten, ich weiß nicht, aber es ist der Versuch, Vögel zu malen. Die picken das weg, Leute trampeln drüber, nichts wächst auf. Als nächstes sagt Jesus, dieser Sämann, der hat auch, ja, von dem, was er ausgestreut hat, ist auch was auf felsigen Boden gefallen. Das ist kurz aufgegangen, aber dann kam die Sonne, das Wasser hat nicht gereicht, keine Wurzeln tief in die Erde, das ist vertrocknet, verdorrt und aus die Maus. Schließlich einiges von dem Saatgut fällt unter Dornenbüsche und auch dort wächst es zwar auf, aber was Jesus betont ist, Frucht kann nicht entstehen, weil diese Dornenbüsche ersticken dieses Saatgut quasi, die Pflanzen. Und zuletzt fällt das Saatgut auf guten, fruchtbaren Boden, wo es schließlich aufgeht und vielfache Frucht bringt. Jesus schließt das Gleichnis mit den Worten, wer Ohren hat und hören kann, der höre. Klar, also wer Ohren hat, also es sei denn, man ist taub, aber wenn du zwei von diesen Dingern hast, dann kannst du doch hören. Und jetzt habt ihr garantiert aber schon mal Kinder beobachtet oder Altersgenossen, in welcher Altersstufe ihr auch immer seid. Wo ihr beobachtet habt, da konntest du das einmal sagen, zweimal sagen, dreimal, egal wie oft, das scheint nicht angekommen zu sein. Also vielleicht gehört, akustisch wahrgenommen, aber doch nicht innerlich gehört, nicht angekommen im Herzen. Wer Ohren hat und hören kann, der höre. Was oder besser gesagt, wie sollten die Leute hören, davon handelt das Gleichnis, was Jesus erzählt. Sie sollen nicht oberflächlich hören, sich nicht nur berieseln lassen, denn ob die Saat aufgeht, das liegt weder am Sämann noch an dem Saatgut, was er ausstreut. Es liegt an der Beschaffenheit der Böden. Es liegt daran, mit welcher Herzenshaltung du und ich hören und an Gottes Wort, an die Bibel herangehen und wie diese Herzenshaltung schließlich zum Ausdruck kommt. Schauen wir uns jetzt endlich an, was Jesus selbst sagt, was dieses Gleichnis bedeutet und was dazu führt, dass das Wort Gottes seine Wirkung nicht entfalten kann. Lukas 8, Abvers 11, ich lese das nach der Neuen Genfer Übersetzung. Wenn du eine andere Übersetzung zu Hause hast, dann nimm ruhig deine Übersetzung und nimm dir die Zeit darin, das auch noch zu lesen. Das Gleichnis bedeutet Folgendes. Die Saat ist das Wort Gottes. Bei einigen, die es hören, ist es wie mit der Saat, die auf den Weg fällt. Der Teufel kommt und nimmt das Wort wieder aus ihrem Herzen weg, sodass sie nicht glauben und daher auch nicht gerettet werden. Bei anderen ist es wie mit der Saat, die auf felsigem Boden fällt. Wenn sie das Wort hören, nehmen sie es mit Freuden auf. Aber sie sind wie Pflanzen ohne Wurzeln. Zunächst glauben sie, doch wenn eine Zeit der Prüfung kommt, wenden sie sich wieder ab. Wieder bei anderen ist es wie mit der Saat, die ins Dorn gestrüpp fällt. Sie hören das Wort, doch im Laufe der Zeit wird es von den Sorgen, dem Reichtum und den Freuden, die das Leben bietet, verdrängt, sodass keine Frucht reifen kann. Bei anderen jedoch ist es wie mit der Saat, die auf guten Boden fällt. Mit aufrechtigem und bereitwilligem Herzen hören sie das Wort. Sie halten daran fest, lassen sich nicht entmutigen und bringen Frucht. Wer Ohren hat und hören kann, der höre. Problem Nummer eins, von dem Jesus spricht, steigen wir da direkt ein. Problem Nummer eins ist der Teufel. Dass die Bibel ihre Wirkung als Lebenselixier nicht entfalten kann, macht Jesus als erstes am Teufel fest, dass er sagt, für mich ist der Typ keine Farbegestalt. Ich finde, der ist überaus ernst zu nehmen und er hat etwas dagegen, dass Gottes Wort seine wirksame Kraft in deinem Herzen und in deinem Leben entfalten kann. Und deshalb macht er vielleicht dein Herz hart oder von den Umständen, was auch immer, sodass er die Saat rauben kann. Von Anfang an hat er das gemacht. Dasselbe Muster, das bei Adam und Eva beschrieben wird, benutzt er heute immer noch. Hat Gott wirklich gesagt? Kann man das heute denn eigentlich noch so sehen? Ist es nicht doch heute ein bisschen anders? Nimm das nicht so wichtig. Beschäftige dich nicht zu sehr damit. Es gibt viel wichtigere Dinge im Leben. Hast du nicht ein Recht darauf, auf dies oder jenes? Es ist doch schließlich dein Leben. Und du kannst entscheiden, was du aus deinem Leben machst. Gott hilft dir nicht. Hilf dir selbst. Guck doch an, wie die Umstände immer schlimmer werden. Vielleicht kennst du solche Gedanken. Gedanken, die dir das Vertrauen in die Worte der Bibel und auf Gott selbst versuchen zu stählen, zu rauben. Die Saat ist gestreut, gehört, gelesen, aber Zweifel oder auch eine innere Weigerung, so das Gefühl, nee, ich will nicht, führen dazu, dass nichts passiert, dass diese Saat nicht aufgehen kann. Und auf dem felsigen Boden, vielleicht mit ein bisschen Erde drauf, geht die Saat schnell auf. Pflänzchen entstehen, aber schneller als du gucken kannst, sind sie verbrannt, vertrocknet und wieder dahin. Das Wort Gottes mit Staunen gehört. Wow, wie toll! Aber es konnte nicht in die Tiefe des Herzens wurzeln. In einer Prüfung, einer Bewerbungsprobe zerrinnt dir der Glaube zwischen den Fingern das Gottvertrauen. Jesus könnte damit Verfolgung, Not, vielleicht auch Versuchung, Gemeint haben. Dinge, wo es ans Eingemachte geht in unserem Leben und es nicht reicht, Jesus so ein bisschen zu kennen, das mit der Liebe Gottes ganz toll zu finden. In Zeiten, wo wir in tiefer Bedrängnis sind, entscheidet sich, wie intensiv wir uns mit diesem Lebenselixier beschäftigt haben und ob es tief in uns wurzeln konnte. Klar, eine oberflächliche Berieselung, also weniger ist besser als nichts, keine Frage. Aber wenn du unter Druck kommst, herausgefordert bist, dann reicht das mitunter nicht aus. Wenn dich Lebenssituationen bedrängen, Krankheit, ein Schicksalsschlag oder eine Pandemie dich in die Mangel nimmt, Versuchung um die Ecke kommt. Ach, warum nicht? Das eine Mal sieht doch keiner. Hast du dir doch verdient. Was auch immer es ist. Dann bist du darauf angewiesen, dass der Glaube tief in deinem Herzen wurzeln konnte. Spannend ist die Sache mit dem Unkraut, den Dornbüschen. Die Saat geht auf. Glaube ist da. Ist das nicht toll? Und Jesus sagt, nee, leider nicht. Denn Sorgen, Reichtum oder die Freuden des Lebens haben die Saat nicht erstückt, aber verhindern, dass Frucht daraus entstehen kann. Und ich muss doch sagen, Sorgen haben wir aktuell genug. Vielleicht sorgst du dich um deinen Arbeitsplatz. Vielleicht sorgst du dich darum, wie das denn jetzt ab morgen weitergehen soll mit dem Homeschooling. Oder du bist froh, hey, ich habe kein Homeschooling. Ist auch nicht so schlimm, jetzt alleine zu Hause. Ein bisschen doof ist das schon. Und wann werden wir endlich mal wieder wie gewohnt Gottesdienst haben? Also ich sorge mich da schon ein bisschen. Und wie werden sich die Zahlen entwickeln? Wie ist das mit der Wirtschaft? Was passiert mit meinem Geld? Ist das wirklich sicher bei den Banken? Deine Gesundheit? Ich weiß nicht, welche Sorgen du so alle hast. Wie groß oder wie klein sie in deinem Leben sind. Reichtum? Naja, also reich ist man nicht. Aber im Vergleich mit den Armen, mit den Hungern dieser Welt, glaube ich, stehen die meisten von uns, wenn nicht sogar alle, wirklich gut da. Freuden des Lebens? Ja, also der Spaßfaktor war schon höher. Aber wir kriegen das hin. Und natürlich stürzt diese Situation jetzt viele Leute in echte Krisen, in echte Nöte. Und der Spaßfaktor ist im Keller. Aber wiederum bei anderen beobachte ich oder habe ich den Eindruck, wenn wir jammern, es ist doch immer noch auf recht hohem Niveau. Wie geht es deinem Herzen mit Sorgen, mit Reichtum, mit Lebensfreuden? Wonach sehnt sich dein Herz? Wonach strebt dein Herz? Womit hast du dich die vergangenen 10 Monate, oder wie lange das jetzt auch immer schon ist, beschäftigt? Worin hast du dich vertieft? Jesus führt jetzt an dieser Stelle noch ein weiteres Bildelement ein. Er führt die Frucht ein. Und das ist schließlich der Unterschied zum vierten Boden, der vierten Personengruppe. Hier ist keine Frucht, dort schon. Welche Frucht wächst aus dem verstehenden Hören des Wortes Gottes? Zwei Bibelstellen sind mir dazu in den Sinn gekommen und vielleicht denkst du auch, hätte ich auch gedacht. Erste Stelle, Galater 5, Vers 22, wo Paulus von guten Wesenseigenschaften schreibt, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gottes Worte verändern uns, bringen Gutes und unsere Lebensbeziehung förderndes Verhalten in uns hervor, wenn wir es an uns wirken lassen. Und die zweite Stelle aus Psalm 1, glücklich zu preisen ist, wer Verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Er gleicht einem Baum, der zwischen Wasserläufen gepflanzt wurde, zur Erntezeit trägt er Früchte und seine Blätter verwelken nicht, wohl dem, der nicht wandelt. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht trägt zu seiner Zeit, der nah bei Gott ist. Bei seinem Wort, der bringt Frucht, der möchte Frucht bringen. Frucht hat die Eigenschaft, dass sie andere ernährt, dass sie andere satt macht. Welche Früchte resultierend aus deinem Lesen und Hören auf Gottes Wort beobachtest du in deinem Leben? Siehst du hervorkeimen? Welche Früchte siehst du gerade in deinem Leben wachsen? Oder wachsen da eher die Sorgen, der Reichtum, die Freuden des Lebens? Was schließlich das Besondere am vierten Boden der vierten Personengruppe ist, ja, die Früchte, habe ich schon gesagt, aber eben diese Früchte resultieren aus einem bereitwilligen und aufrichtigen Herzen. Auf die Herzenshaltung kommt es Jesus an. Eine Herzenshaltung, durch die Gott gegenüber zum Ausdruck kommt und ja, dafür einfach exemplarisch mal drei Bibelstellen genannt. 1. Samuel 3, Vers 10 Sprich, Herr, dein Diener hört. Psalm 139, Vers 23 Durchforsche mich Gott, sieh mir ins Herz, prüfe meine Wünsche und Gedanken. Und wenn ich in Gefahr bin, mich von dir zu entfernen, dann bring mich zurück auf den Weg zu dir. Jesaja 6, Vers 8 Ich bin bereit, sende mich. Ich habe nicht die Zeit, Samuels, Davids und Jesajas Situation an dieser Stelle ausführlich zu erklären. Ihr habt eure Bibel hoffentlich zu Hause parat. Der Tag ist noch lang. Ihr könnt das nochmal nachlesen. Was ich bemerkenswert daran finde ist und was wir in ihrem Leben beobachten ist ein aufrichtiges, ein bereitwilliges Herz. Ihre Herzenshaltung ist erwartungsvoll. Die Bibel ist Lebenselixier und das noch in einem viel umfassenderen Sinn, wie ich es bisher betont habe. Sie ist nicht nur Lebenselixier für den, der sie liest. Sie ist Lebenselixier für die, die von diesen Früchten essen, die in mir und die durch mich zum Vorschein kommen. Die Frucht, die Gottes Wort in dir und durch dich hervorbringt, zielt doch darauf ab, die anderen zu leben verhilft, dass andere davon satt werden. Und meine These ist, ich will nicht sagen, dass alles ernüchternde Bibellesen daran liegt, aber vielleicht könnte man sagen, sollten wir durch diese, also sollten wir diese durch uns lebendende Kraft der Bibel beim eigenen Lesen und Hören von Gottes Wort außer Acht lassen, rauben wir ihm einen wesentlichen Aspekt, für den es gedacht ist. Nochmal, wenn wir die Bibel lesen, in einer Zeit, wo sich so viele danach sehen, boah, was hat das Wort mir zu sagen und was brauche ich und mein Leben, wenn wir diese lebensspendende Kraft von Gottes Wort, für die es ausgesät ist, damit es Frucht bringt, in meinem und durch mich im Leben anderer, wenn wir das außer Acht lassen, berauben wir der Bibel dann nicht einen wesentlichen Aspekt, für den sie gesät ist. Und das mal noch weiter gedacht, könnte es eben dann mitunter daran liegen, dass wir das Bibel lesen, ernüchternd, leer, nichtssagend, ich weiß nicht, mit welchem Board du es beschreiben würdest, wenn es dich so etwas Ähnliches manchmal befällt, erleben. Oder, dass man zu der Aussage kommt, kommt auch ganz gut, ohne die Bibel zu lesen, ziemlich weit durchs Leben und kommt auch ganz gut, ohne zurecht. Ja, vielleicht, weil wir eben der Bibel diese Frucht, für die sie ausgesät ist, berauben. Die Bibel ist Lebenselixier. Jesus macht deutlich, dass Gottes Wort ausgesät ist, um mit bereitwilligem und aufrichtigem Herzen aufgenommen zu werden und reiche Frucht zu bringen. Und ich weiß nicht, inwiefern du das Lesen der Bibel, das Hören von Gottes Wort, als gewinnbringend, als segensspendend, als ermutigend, als wegweisend, als anspornend, als was auch immer, erlebst. Wenn es so ist, Halleluja! Wenn es nicht so ist, dann hoffe ich, du konntest an den Impulsen von diesen vier Ackern etwas für dich heraushören, was dir die Augen öffnet. Jesus spricht dieses Gleichnis nicht auf, um uns zu demütigen, um deutlich zu machen, boah, guck dich an, du bist wie so ein Felsen, nichts los. Nee, Jesus spricht seine Worte nicht, um uns zu demütigen. Er spricht sie schon, damit wir uns wiederfinden, damit wir wiedererkennen, wo bin ich, wo stehe ich, wo ist es gerade in meiner Lebenssituation, wo auch immer wir uns wiederfinden, wir brauchen das Lebenselixier Bibel. Ob du sagst, boah, Hammer, ich bin voll hier unten, ja, was da alles an Frucht gerade abgeht, der Wahnsinn. Oder ob du den Eindruck hast, boah, es war schon mal besser. Wir brauchen das Lebenselixier Bibel. Und wenn du den Eindruck hast, jetzt, boah, ich bin eher hier, eher die ersten drei, wo auch immer, dann ist das nicht schlimm. Dann ist das nicht schrecklich und skandalös. Nein, dann ist es doch Gnade, dass Gottes Wort in dir gerade das ausgelöst hat, wofür es Jesus ausgestreut hat. Wofür Jesus dieses Gleichnis gesagt hat, dass du erkennst, hey, Jesus möchte, dass ich nicht so bleibe, wie ich bin. Er nimmt mich an, so wie ich bin, aber ich muss nicht so bleiben, wie ich bin. Und ich darf zu ihm kommen, ich darf ihm sagen, hey, Jesus, bitte verändere mein Herz. Mach es zu einem bereitwilligen, ein richtigem Herzen, was dir gefällt und was fruchtbringend in meinem Leben und im Leben anderer. Und wenn du dich da wieder findest, dann sprich mit Jesus drüber. Bitte ihn, dass er dich verändert. Beginne intensiv, Bibel zu lesen. Sprich mit Leuten, hey, wie geht das? Wie kann ich das? Können wir zusammen Bibel lesen? Du musst es ja nicht alleine. Du kannst auch gern auf mich zukommen. Aber bleib nicht da stehen. Und wenn du dich in dem vierten Ackerboden wiederfindest, dann feiere nicht Gott, sondern Gott. Feiere das, was Gott in dir und durch dich hervorbringt. und lobe ihn dafür, für die Früchte, die Gnade, die dir zuteil wird, die er dir zuwendet. Und bleib aber eben auch da nicht stehen, sondern achte und pflege dein Herz und führe es immer wieder in die Nähe zu Gottes Herzen. Ich möchte noch mit uns beten. Jesus, du vertraust uns dein Wort an als Lebenselixier. Es hat verändernde, erneuernde Kraft, die wirksam wird durch deinen Geist in uns. Aber das ist eben auch abhängig davon, wie ist es um uns bestellt? Wie hören wir dein Wort? Wie sehnen wir uns danach? Mit welcher Herzenshaltung gehen wir da dran? Ich bete, dass du unsere Herzen berührst durch dein Wort immer wieder neu. Und dass du uns aufzeigst, wie es um unser Herz bestellt ist, wie es um mein Herz bestellt ist. Und da, wo wir Veränderung brauchen, wo wir es brauchen, dass du uns wieder zurückführst auf den Weg zu dir, bitte ich dich, dass du genau das tust. Und so etwas nimmst und heiligst rein.